Und heute mit dabei, äh, zum ersten Mal, der Hadi. Nyauuu, Level 1, Junge. Alles klar. Hadi, da hab ich besseren Start hingelegt als du, würd ich mal sagen. Und weg. Oh, BITCH! Kannst du immer am Arsch tutschen, Junge. Alter, Hadi, du bist... Loll. Hadi, verpiss mich doch mal! Alter, willst du mich verarschen? Wow! Ohne Scheiß, Hadi spielt voll Harakiri, der hat mich auch plattgefahren. Ist der da schon wieder, Alter? Ohne Scheiß, da war die letzte Folge, die ich mit Hadi aufnehme. Hadi, du kannst hier nicht abkürzen, dann kriegst du ne Strafe. Mir doch egal. Jetzt zieh ich dich nämlich ab, BITCH. Ah, jetzt war ich ja langsam! Das ist die Strafe. Am Arsch, das war keine Abkürzung, ich bin aus Versehen über das Gras gefahren, du Wichser! Sehr gut, Hadi ist ab als... Peter, wenn Hadi immer mitführt, sind wir wenigstens nie letzter. Oh Gott, ich hab's ab. Boah, was ein Monsterdruck. Boah, Alter, Gott, willst du mich verarschen? Das wird auch... Ah, jetzt merkt man mal wieder, dass... Nein, Hadi! Das heißt, boah, Hadi. Alter, du bist so ein Mongo. Absichtlich ist abkürzend, deine Mutter kürzt absichtlich ab beim Sex, ey! Ich hab voll die Nudel hier, da sitz ich drin, der kann ja gar nix! Boah, Peter, verpisst. Alter, hast du den gepinnt? Nein, hab ich nicht. Scheiße! Da fühlst du aber mal richtig der im Abgang, aber hey! Ja, deine Mutter kürzt absichtlich ab! Du bist so ein Wichser, aber... Guck mal, da... Guck mal, da... Da sind sie schon... Der Tuck hatte einsam ins Ziel. Wie geil ist das denn? Da sind sie schon...